Jim, ich möchte, dass Sie heute Abend eine Beschattung übernehmen. Von 8 bis 12. Ich wollte... Ich weiß. Ich weiß, Sie schieben eine Doppelschicht. Das ist es nicht, Lieutenant, aber ich hatte mir mit meiner Frau etwas vorgenommen und... Ihre Frau? Das hatte ich ganz vergessen. Sie haben ja gerade erst vor einem Monat geheiratet. Was soll's, es gibt auch nur andere Abende. Sie weiß, wie hart ich gearbeitet habe, um hier zu sitzen.